Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ein Mann, der so gut wie unsterblich ist und der sowohl aus der Hölle als auch aus dem Himmel stammt, ist die einzige Rettung im Kampf gegen das absolut Böse. Kein normaler Mensch würde sich dem hier aussetzen. Ich bin auch nicht irgendjemand. Das musst du erst beweisen. Das Böse, es ist hier. Er ist gefährlich. Zweifel los. Bitte! Du müsstest tot sein. Das war schon sehr oft. Das ist meine Tochter, Kira. Wir kennen uns bereits. Du kannst es spüren. Du kannst es fühlen. Wir wissen nichts über diesen Mann. Schick ihn wieder zurück. Bleib es nicht zu weit. Beowulf. Ich habe schon auf dich gewartet. Ich bin wie du. Ich bin einer der Verfluchten. Wir sehen uns. Untertitelung des ZDF, 2020